Der Wettrennenkörner Der Afrikanische Kontinent Wir bauen die künste und teuerste Eisenbahnstrecke in der Geschichte Aus dem glorreichen Grund, Afrika vor den Afrikanern zu bewahren und um die Sklaverei zu beenden Wie viele haben Sie wohl getötet? 100? Vielleicht auch mehr? Soll die Welt vielleicht denken, dass die Erbauer des britischen Empire Angst haben Wegen geringfügiger Schwierigkeiten mit der einheimischen Tierwelt? Sind Sie sicher, dass das ein Löwe war? Jetzt brauchen wir Remington, Sie haben doch von Ihnen gehört Wir können los! Haben Sie Probleme damit? Eigentlich nicht Wir nehmen Sie uns vor Gehen Sie nach Hause! Der Teufel ist nach Sano gekommen Ich bin der Teufel Kommen Sie mir nicht in die Quere Sie sind ein recht lustiger Vorbilder, wenn man sie erstmal kennt Es macht Ihnen keinen Spaß zu töten, oder? Wieso tun Sie es dann? Weil ich es gut kann Erschieß ihn! Michael Douglas Bill Kilmer Der Geist und die Dunkelheit Und, beherrschen Sie Ihre Angst? Schaffen Sie das? Der Geist und die Dunkelheit Der Geist und die Dunkelheit